Na hallo zusammen, mich hier ist wieder heute. Und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen. Und dazu bin ich hier wieder mal auf meinem DH. Und ja, da hatten wir das letzte Mal schon ein paar Kisten aufgemacht. Lief eher so semi, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, dass es dieses Mal ein bisschen besser läuft. Wir brauchen noch echt einige Items. Und ja, drückt mir die Daumen, dass wir keine Waffen kriegen. Oder nicht zu viele zumindest. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Dann, erstes Ding, ja, nice. Hier, ein Kopf, den kann ich schon mal brauchen. Dann das zweite haben wir ein Trinket, das kann ich eher weniger brauchen. Den Oman, den hatte ich anscheinend schon. Okay, interesting. Das haben wir hier. Hände, die kann ich auch brauchen, wunderbar. Trinket, das brauchen wir nicht. Hals brauchen wir auch nicht. Eine Klebe, die brauchen wir erst recht nicht. Noch eine Klebe. Ah, was haben wir hier? Handgelenke. Irgendwie gibt es, glaube ich, beim DH-2-Sets, komischerweise. Ich verstehe es jetzt auch nicht so ganz, aber ist okay. Talie hatte ich schon. Noch mal eine Klebe. Oh, eine Robe. Okay, also diesmal läuft es definitiv besser. Definitiv. Einen Ring. Eine Hose, die haben wir auch noch gebraucht. Sehr schön. Dann noch eine Klebe. Noch eine Klebe. Trinket, ich hätte es nicht verschreien sollen. Ich sage es euch. Hals. Dann haben wir hier eine Talie. Okay, die haben wir auch noch gebraucht. Und was haben wir als letztes? Noch einen Hals. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht hier im All-the-Things-Falsch drin ist. Und dass man jeweils ein Set für den Tank- und den DD-Spec hat. Wie heißen die? Verwüstung und Rachsucht im Deutschen. Das kann natürlich sein, weil hier der DH irgendwie doppelt so viele Items hat wie die anderen Klassen. Also der hat alles zweimal, so wie es aussieht. Da muss ich mal noch gucken. Heißt, mit dem sind wir jetzt leider noch nicht fertig. Da muss ich dann noch doch ein paar Sachen farmen. Und ja, wenn ich wieder genug Kisten habe, melde ich mich wieder. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.